Während der Corona-Zeit kann einem ja mal schnell die Decke auf den Kopf fallen. Wir versuchen das ganze durch Struktur im Alltag in den Griff zu kriegen. Das heißt, wir stehen früh auf, frühstücken, dann werden Schularbeiten gemacht und dann geht es erst mal so ein, zwei Stunden raus, Fahrrad fahren, spazieren gehen, auf alle Fälle frische Luft, viel Bewegung, dass man ein bisschen, dass sie kitzig ausbauen können. Für mich ist es auch ganz wichtig, um die Laune oben zu halten. Und jetzt haben wir uns aber überlegt, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Wir würden gern ein paar Experimente machen, die wir uns schon lange vorgenommen haben, aber nicht die Zeit dafür gefunden haben und die würden wir gern mit euch teilen. Also freut euch drauf, was uns so alles einfällt. Bis dann, macht's gut! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!